Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen heute mit einer sehr, sehr geilen Datenstruktur und zwar den sogenannten Skip Lists. Ja, das ist ein Thema, das ihr euch tatsächlich gewünscht habt und deswegen mache ich jetzt hierzu ein paar Videos. Und zwar Skip Listen sind eine sehr effiziente Datenstruktur, wenn, und das ist jetzt der große Punkt, nur wenn ihr sowieso mit sortierten Listen arbeitet, denn Skip Listen funktionieren ausschließlich mit sortierten Listen. Und auf diesen sortierten Listen müsst ihr dann relativ häufig Elemente finden, ja, dann sind Skip Listen geil. Also sozusagen eine Verbesserung für die binäre Suche, damit möglichst wenig Laufzeit nötig ist, okay. So, ja, also was Skip Listen im Endeffekt so cool machen, macht es im Endeffekt, sie sind wahrscheinlichkeitsbasierte Listen für Listen, okay. Das hört sich jetzt super kompliziert an, lasst mich das ein kleines bisschen besser darstellen. So, also zunächst einmal, wir haben diese Liste mit den sieben Elementen und jetzt bauen wir uns eine sogenannte Express Lane hier drauf. Diese Express Lane besteht aus dem ersten Element von der ursprünglichen Liste und aus dem letzten Element der ursprünglichen Liste. Es gibt natürlich auch Implementierung, hier wird dann einfach ein Nil bzw. ein Nun eingefügt und das letzte Element ist genauso ein Element wie alle anderen. Das könnt ihr, je nachdem wie ihr Listen programmiert, genauso machen oder auch anders machen. Das ist okay soweit. Aber in unserem Fall sagen wir jetzt hier, okay, wir übernehmen das erste Element und das letzte Element und für alle anderen Elemente in der Mitte würfeln wir, ob das Element in die Express Lane übernommen wird. Und häufige Werte sind hier tatsächlich eine Wahrscheinlichkeit von 50% oder 25%, also 0,5 ist ja ein Halb und 0,25 ist ein Viertel. Das heißt, wir haben eine, naja, eine 25% Chance in unserem Fall jetzt hier, dass ein Element übernommen wird. Und ich habe jetzt hier einfach mal das Element aus der Mitte genommen, aber eigentlich ist es zufallsbasiert. So, das bedeutet, ups, das sollte eigentlich noch nicht kommen, das heißt, wir haben hier das Element 7, wir würfeln, also wir lassen den PC quasi würfeln, okay, wir generieren uns Zufall. Und wenn dieser Zufall gleich 0 ist bzw. kleiner als 0,25, also 25% Chance im Endeffekt, dann übernehmen wir das Element in die nächste Liste. Und das machen wir mit dem Element und mit dem hier, das wird jetzt übernommen, weil wir zufällig Glück hatten sozusagen. Das wird nicht übernommen, das wird auch nicht übernommen und das wird zwangsläufig übernommen. So, und die Elemente, die übernommen werden, die bekommen jetzt eine Referenz intern als Element auf ihr ursprüngliches Element in ihrer ursprünglichen Liste. So, und ja, das sieht jetzt schon ein kleines bisschen aus wie ein Baum. Und natürlich kann ich das noch mehr machen. Und zwar kann ich genau denselben Vorgang wiederholen. Und jetzt dürft ihr euch mal Datenmengen vorstellen, die sehr, sehr, sehr viel größer sind. Also nicht sieben Elemente, sondern von mir aus sieben oder siebzigtausend Elemente. Ja, dann macht das natürlich erstmal Sinn, so eine Skipliste aufzubauen. So, und genau diese Elemente bekommt dann natürlich auch wieder eine Referenz. Hier haben wir für die 14 gewürfelt, aber die 14 wurde nicht übernommen. Das erste und letzte Element wird zwangsläufig übernommen, damit wir wissen, ob dieses Element dann überhaupt noch vorhanden ist oder nicht. Ja, und genau so sieht dann eine Skipliste im Endeffekt aus. Wir nehmen hier wieder diese 0,5 beziehungsweise 0,25 Prozent, beziehungsweise 50 oder 25 Prozent Chance, dass ein Element übernommen wird. Und jetzt entstehen natürlich hier mehrere Listen und die haben schon eine gewisse Baumstruktur, möchte man sagen. Okay, das heißt, ihr habt hier eigentlich sowas wie ein Baum für sortierte Listen gebaut, nur eben nicht ganz, weil die Blätter haben ja offensichtlich Verweise zueinander. Das hier sind ja quasi die Blätter. Und dadurch bekommt ihr eine, naja, eine Skiplist eben. So, und jetzt kann man das Ganze natürlich noch mathematisch ausrechnen. Das heißt, wir rechnen mal jetzt hier. Okay, also wir haben insgesamt eine Chance von, sagen wir mal, p, ja, also p zum Beispiel 0,5 oder 0,25. Und wenn wir jetzt diese Listen generieren, dann ist das jetzt alles probabilistisch, also wahrscheinlichkeitsbasiert. Das heißt, alle Zahlen, die wir jetzt hier aufschreiben, sind Durchschnittswerte. Wir können nicht sagen, dass wirklich genau eine feste Anzahl an Listen erstellt wird. Es kann natürlich hier, wenn wir ganz viel Pech haben, sein, dass wir kein einziges Element hier mitnehmen in die nächste Liste. Und dann brauchen wir natürlich nur eine Express-Lang, nämlich mit dem ersten und dem letzten Element. Während, wenn wir hier sehr, sehr viel Pech haben auf der anderen Seite, dann wird jedes Element hier quasi übernommen, weil wir natürlich das Ganze zufallsbasiert haben. Aber im Schnitt, und das ist jetzt halt der große Punkt, im Schnitt ist es okay, wenn wir hier mit einer Wahrscheinlichkeit arbeiten. So, nämlich es entstehen durchschnittlich Logarithmus 1 durch p von n Listen. Das 1 durch p hier meint übrigens Logarithmus zur Basis 1 durch p Listen und von n meint, naja, n Anzahl an Elementen, das ist wie ganz normal. So, 1 durch p ist jetzt natürlich 1 durch 1 Viertel in unserem Fall. Das heißt, 1 durch 1 Viertel ist natürlich 4. Das heißt, wir haben hier den Logarithmus zur Basis 4 von 7. So viele Listen bauen wir uns. Das ist jetzt natürlich keine gerade Zahl, aber es ist ja auch nur ein grober Richtwert. Okay, und ja, wenn wir das jetzt mal ausrechnen, wie viele Schritte wir eigentlich brauchen, bis wir ein Element gefunden haben. Wir machen es nämlich dann so, wir fangen in der Express Lane Nummer 1 an, also in der obersten Lane sozusagen fangen wir an. Und überprüfen, ist zum Beispiel 14, nee, sagen wir 8, nee, sagen wir 42. Ist 42 größer als 7? Jo, ist es, ist 42 größer als 1337, nö, ist es nicht. Also gehen wir hier bei der 7 hier runter in die nächste Express Lane, also einen Schritt tiefer sozusagen und gucken dann mal nach rechts. Ist es denn 42 größer als 14? Ja, ist es, ist es größer als 1337, nö, ist es nicht. Also gehen wir bei der 14 eine Lane tiefer. So, und hier unten wissen wir dann, okay, das ist unsere unterste Lane. Jetzt laufen wir mal eins weiter nach rechts, weil die 14 haben wir ja schon überprüft. Ist denn 42 größer als 42? Nö, ist es nicht. Es ist genau 42 und das ist jetzt der Punkt, wo wir dieses Element gefunden haben. So, so funktioniert im Endeffekt ein Suchvorgang, ist nicht wirklich schwer. Ich zeige euch im nächsten Video dann noch, wie man Sachen einfügt. Das ist ein kleines bisschen komplizierter und ja, im Endeffekt brauchen wir also in jeder Liste, in jeder Lane, brauchen wir maximal 1 durch p Schritte im Durchschnitt. Jetzt hört sich das erstmal bescheuert an. Maximal im Durchschnitt, was meine ich damit? Naja, im Durchschnitt bedeutet, ich kann natürlich Pech haben und hier wirklich kein einziges Element mit nach oben übernehmen. Ich kann natürlich auch absolut Pech haben und zum Beispiel 100 Elemente hier nicht nach oben übernehmen. Und dann kann es sein, dass ich wirklich 100 Schritte in einer Lane laufen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier alle Elemente mit nach oben nehmen würde, weil ich gerade so gewürfelt hätte, dann muss ich natürlich hier jedes einzelne Element durchsuchen. Und das ist dann natürlich der Durchschnitt. Das war das, was ich gemeint habe. Wenn wir eine riesige Liste haben und diese Wahrscheinlichkeit von 25%, dann ist das ungefähr gleich verteilt und dementsprechend durchschnittlich. Was meint dieses maximal hier? Na ja, maximal 1 durch p, also 4 Schritte. Das meint so viel, na ja, wenn ich zum Beispiel hier 4 Schritte gehe und bzw. wenn alles gleich verteilt ist. Ja, also jedes vierte Element wird quasi übernommen oder durchschnittlich 4 Element, äh, jedes vierte Element wird übernommen. Dann habe ich trotzdem das Problem, es kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal mein Element nehme. Das heißt, ich gehe hier runter und dann gehe ich 1 nach rechts. Ja, dann habe ich ja mein Element schon gefunden, dann brauche ich nicht weiterlaufen. Das heißt, deswegen dieses maximal. Also maximal meint, dass wir natürlich abbrechen und, na ja, durchschnittlich, das steht hier nicht mal dabei. Das meint dann im Endeffekt, wenn ich das wirklich auf sehr, sehr viele Elemente hochrechne. Aber im Schnitt brauche ich 1 durch p Schritte. Also wenn wir jetzt mal wirklich große Datenmengen uns angucken. 1 durch p Schritte pro Lane und, na ja, hier oben haben wir gerade gesagt, wir haben Logarithmus 4 oder 1 durch p zur Basis 1 durch p von n, ja, also Anzahl an Elemente, Listen. Das heißt, ich habe insgesamt, bis ich mein Element gefunden habe, 1 durch p Logarithmus zur Basis 1 durch p von n Schritten. So, und das ist im Endeffekt hier dadurch, dass p ja eine Konstante ist, weil es ist ja überall 0,25. Es ist jetzt nicht in der ersten Lane was anderes wie in der letzten Lane. Es ist immer 0,25. Dadurch ist es eine Konstante und kann rausgekürzt werden für das O-Kalkül. Also haben wir hier Logarithmus von n Schritten, um tatsächlich ein Element in unserer Skiplist zu finden. Und das ist natürlich schneller als irgendwas anderes. Im Endeffekt hat es sehr viel mit binärer Suche zu tun, natürlich auch. Aber ja, es ist ein bisschen anders als eine binäre Suche. Es ist tatsächlich eine Datenstruktur und teilweise kann Vergleichen wirklich teuer sein. Das heißt, sagen wir mal hier, ihr habt hier Elemente, die vielleicht, ähm, nun ja, nicht so gut vergleichbar sind. Dann wollt ihr vielleicht lieber so ein Ding bauen, als tatsächlich, ähm, wirklich eine, naja, eine binäre Suche durchzuführen. Okay, jetzt ist natürlich eure Frage, ist es vielleicht sinnvoll, was anders zu machen? Also, für was genau ist denn jetzt eigentlich die Suche gut oder halt diese Skiplist gut? Und dazu habe ich mal das hier für euch, einen kleinen Graphen, der uns sagt, was eigentlich der Worst Case und der Durchschnittsfall und der Best Case oder wie auch immer ist. So, wenn ihr also an euren Speicherplatz denkt, naja, dann habt ihr im Best- oder im durchschnittlichen Fall O von n. Aber wenn ihr natürlich Pech habt und es werden ständig alle Elemente übernommen, dann kann es halt passieren, dass ihr bis zu O von n log n hoch geht. Also, wenn ihr quasi immer so viele Elemente, wie man überhaupt nur, äh, sich denken kann, übernehmt, dann kann es halt O von n log n werden. Weil man dann auch einiges optimieren kann, dass es dann doch nicht mehr probabilistisch ist. So, eine Suche, die ist tatsächlich hier in log n möglich. Im Durchschnittsfall, im Worst Case ist natürlich O von n. Einfügen ist genauso log n und das ist jetzt halt der große, äh, geile Vorteil und löschen ist auch in Logarithmus von n, weil wir da natürlich erstmal nur das jeweilige Element finden müssen. Aber Achtung, das ist eine probabilistische Datenstruktur, das heißt, wir haben jedes Mal auch noch einen Worst Case. Das heißt, es kann schlechter sein, als das, als eben dieses Logarithmus von n. Okay, ja, und, äh, das ist es eigentlich soweit. Ich will euch nächstes Video noch zeigen, wie man in eine Skipliste einfügt. Und, ja, dann war's das eigentlich auch schon wieder für dieses Video. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.